dann dich nehme ich wieder mit ist ja wohl logisch so forestry open computer vielleicht essen wir einfach noch ein bisschen was raspberries okay gut dann gucken wir mal wieder raus also was mich ein bisschen schockiert hat war direkt die attack gott nein ok es wird zumindest wieder tag aber wir kriegen ziemlich viel schaden muss man muss ich feststellen also da wo ich hin wollte das bisher nicht sagte ich würde wissen dass ich hatte eigentlich gedacht hier sei so ein bisschen ein gebirge da wäre ich nämlich gern ich hatte schon ein paar berge aber ich möchte gern so so wirklich hohe gibt ja hätte ich lauf 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 vor ist so dann müssen wir weiter suchen will jetzt schon drauf am letzten hier alle emerald aber was soll ich denn jetzt immer alter bücherei eine schmiede wäre schön ui was denn das small storage ja es halt ist halt maßen bisschen gesund muss auch schade auch schaden quatsch den busch kann ich glaube ich nicht essen so viel grünzeug habe ich noch nie gegessen ok so jetzt warte mal kraki bar ich nehme einfach alles mit danke kollege ist da noch was coole story hier until can cantile crafter ich nehme ich nehme mal die dinge mit was wollt ihr die geben nur honig groß sich oh ja sapling ok so was haben wir hier noch was könnt ihr mir noch anbieten was ihr nicht mehr braucht bist du für einen klar acht emerald für einen dia block also das ist gar nicht mal so schlecht hier aua so jetzt bitte hier noch was drin jackpot swapping wand sneak right to select the block right click in empty air to select offhand mode right click on block to replace okay capturing wand and to capture capture is first in capture nuke virus nuke virus okay electrical steel iron ingot jetzt habe ich schon wieder keinen platz okay die können wir mal da lassen ich würde die eigentlich gern mitnehmen die ganzen blumen brauchen wir nicht black wards dark steel redstone andere das brauchen wir auch nicht unbedingt und die wands die brauche ich ich weiß ja nicht wie ich hier einen waypoint machen kann sonst würde ich hier einen waypoint entsetzen man ist b ich merke mir die koordinaten 880 und 380 880 380 okay ich gucke mal ob das klappt also das merken wobei ich müsste eigentlich auch achso ich kann in die minimap nicht rein das ist alles doofe so jetzt müssen wir irgendwie einen platz finden wo wir uns niederlassen das leckt ein bisschen ich werde den wald hier mal durchqueren und hoffe dass dann die umkommt was mir gefällt ja bärenbüsche gibt es genügend also können wir uns nicht beklagen Schleiminseln gibt es auch genügend also hier sind einfach drei stück instant Moment ach nee das war ein Beehive Ups das war der Pro aber hier da 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 das sind normal Spawner und wo soll ich denn alles hin machen ooooh Dander Melonesagen Iridium Shard Acceleration Warn Alter wo soll ich denn das ganze Zeug hin machen Wir brauchen eine Base Okay die Saplings die brauchen wir nicht unbedingt Gold nehmen wir mit ähm Manastil Weiß ich gar nicht was man damit anfangen kann Ich lass jetzt die ganzen Bücher mal hier Music Disc Techno Magical Marvel Machine Upgrade Increased Energy Storage and Speed Range of Machines Unstable Hot Wonder Capacity Und wo ist Rundle 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 Oh stimmt die ganzen andern Quarz nehmen wir mit Iridium Shard nehmen wir auch mit Ich muss halt mitnehmen Was ich eventuell nicht wieder kriege Was ich eventuell nicht wieder kriege Das ist noch ein Iridium Shard Petrod Seeds Melone Melonensamen Das ist vielleicht noch interessant Spawner Shard Und Combined with Powered Spawner In Anvilized Spawn Type Powered Spawner Ich glaube es wird auch bald wieder dunkel Powered Spawner Okay das ist halt Das ist halt schon interessant Ja das da machen wir auch weg Was ist das jetzt da oben Ist das was was es nicht so oft gibt Dann muss ich es mitnehmen Aluminium Bäh Okay hier ist ein Sumpfbium Das ist auch schön Da unten ist nochmal ein Spawner Oh das sind giftige Oh oh Scheiße Das sind giftige Egal wir haben sowieso keinen Platz Wir können Wir können Es bringt uns gar nichts Wenn wir den Spawner jetzt abbauen 880 380 Ist die wichtigste Koordinate Im Moment Wenn wir dort sind Oh da hinten Da hinten Ist wahrscheinlich unser Ziel Dann sind wir gar nicht so weit weg Ich höre ein Skelett Ich höre ein Skelett Ich höre ein Skelett Ich höre ein Skelett Achso ne wir haben keinen Platz Aber hier gibt es genügend Ressourcen Die wir brauchen können Ähm Ich höre ein Irgendwo Das könnte das gesuchte Biom sein Zumindest annähernd Also jetzt nicht perfekt Aber gucken wir mal Sönchen hat mir ja schon einen kleinen Schrecken So ich gehe mal gerade hoch Und dann gucken wir mal Was für Skills So geht es natürlich auch Oh da hinten Ah ja 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 wir sind So ziemlich Um Ziel Ups Ja in die Richtung Sollte es gehen Was mir halt nicht gefällt Ist ähm Der Schnee hier Ich glaube da hinten ist besser Ja der Schnee Der Schnee der gefällt mir halt Äh hat mir noch nie gefallen In Minecraft Die Schnee Biome So ist es jetzt das Was ich haben will Ich vermute fast Dass es da hinten Noch ein bisschen besser ist Was bist du denn Faint Amaranth Oh oh Falsche Richtung Falsche Richtung Lass mich doch in Ruhe Lass mich doch in Ruhe Okay Da sind Llamas Da sind andere Oh Gott Das sind hier viele Zombies Das ist das Alter Oh 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 Ja klar Aber wir verstecken uns nicht Wäre halt Schade um das Was wir jetzt schon im Inventar haben Aber Verstecken werde ich mich nicht Oh oh Ich mache nur einen kleinen Umweg Ja danke für den Boost Der war notwendig Okay Scheiße Scheiße Nein 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 Ich habe kein Essen mehr Ich habe kein Essen mehr Ich habe noch irgendwas zu essen Ich wollte mich nicht verstecken Ich wollte mich nicht verstecken Aber ich muss Ich habe kein Essen mehr Den Raspberry Bush Könne ich anpflanzen Aber der bringt mir auch nichts Äh Rice Ich habe nicht mal Wasser dabei Wenn ich Wasser dabei hätte Könnte ich Ähm Könnte ich den Rice anpflanzen Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt Ah doch Warte mal Die da Oh was geht denn die für einen Effekt Water Breathing Night Vision Aber die heilen mich nicht Ah jetzt erst Was macht das What Regeneration In the sip Unsichtbarkeit Der ist natürlich nice Muss man nur aufpassen Wenn man wieder sichtbar wird So wie jetzt Oder Ich bin nicht mehr da Ich bin nicht mehr da Okay Nice Die Teile sind ja Hammer Aber ich glaube ich habe meinen Spot gefunden